so man darf gespannt sein ich bleibe bei der reihenfolge bleibe ich dabei nein soll es etwas weiter nach vorne wenn ich ganz ehrlich bin vielleicht so ja wenn sie mich direkt gedrängt stehen dann könnten wir gleich einen zauber reinballern sind sie aber nicht dumm gelaufen so wir haben ein bogenschützen also ein pferdeblutigen drei fette wahl 17 15 15 15 okay das heißt wir ziehen uns an dieser seite erstmal ordentlich zurück eivind er quatsch doch du gehst hierhin viel zeit habe ich noch ein bisschen habe ich noch oder wir gehen leichter rein das ist natürlich eine gute sache angriff ist die beste verteidigung sozusagen du wirst dorthin gehen du wirst dorthin gehen du wirst diese seite absichern du bleibst hier vorne du bleibst auch hier vorne und ich bin bereit so wir könnten jetzt hier reingehen und überhaupt gar nichts bewirken das ist ganz ganz schlecht wir können aber dich töten das ist schon mal anfangen vielleicht kann man auch dich noch erwischen brauche ich doch keine zusätzlichen bildskraft punkte läuft du bist auch gleich tot so du könntest dorthin gehen und nicht so viel schaden verursachen ich hoffe dass recht sich jetzt nicht jetzt nichts mache kommst du an mich ran du kommst dran das ist ein problem und verlierst die rüstung okay so wir werden natürlich hier unseren feil regen einsetzen im großen ganzen hier wäre es vielleicht nicht schlecht oder da vielleicht kommt jemand dahin vielleicht kommt jemand dahin ich hoffe es doch einmal mehr können wir gerade nicht tun du kommst nicht dahin du gehst zur eiver und rammst mich zur seite das ist an sich noch nicht so verkehrt so hast du verloren nur ein bisschen rüstung okay du kannst gerade nicht so richtig viel machen glaube ich es sei natürlich ich gebe ein lichtbogen auf dich ab bisschen riskant mich gerade so ein bisschen raus nach vorne zu bewegen aber muss auch mal sagen ich kann kein treffen das ist ja super wenn ich dich angreife greife ich damit oder ich greife keinen anderen an wer mir gerade so auf weil keiner diagonal steht also genau diagonal zu dir wunderbar du greifst wahrscheinlich den zauberer an ja wusste ich doch hakon hakon gibt es mal mit dahin und haut schon mal den ersten wahl mit kaputt 4 lassen ruhig 5 machen warum ich du kommst doch nirgendwo ran das ist völlig in ordnung okay ich würde glaube ich ganz gerne doch warte mal wenn ich den dreschpflege einsetze weil du hast deine rüstung ist ziemlich hart ich komme da würde erstmal nicht durchkommen 60 prozent ist mir ehrlich gesagt zu wenig den blutpflege mache ich nicht den dreschpflege und wir haben zwei leute hier in der umgebung stehen bist du automatisch nein nicht ganz tot oder du hast nur einen einen punkt das ist in ordnung du kommst leider nicht hier rein du kommst nicht ran doch du kommst dran an hakon oh lustig gewesen wenn du jetzt hier reingelaufen wärst okay gut ich glaube diesen kampf werde ich werde ich schaffen können ich gehe kurz mal zu dir und hau dich mal eben um weil du nervst so eine willskraft punkt noch wunderbar so du bist dran du könntest natürlich ihnen wunderbar umbringen oder stark attackieren oder du wirst glaube ich auch hier gebraucht dummerweise kannst du hier nicht viel machen obwohl natürlich kannst du das machen du kannst einfach hier deine fähigkeiten einsetzen natürliche auslese einen punkt wirst du wohl schaffen und bist noch mal dran ganz hervorragend so dann geht doch kurz mal darüber hau zunächst seine rüstung ein auch sechs okay erst mal brauchst jetzt mal angriffe wunderbar so du bist dran ich glaube fast du wirst dein feilregen einsetzen ist vielleicht sehr überraschend sehr wenig überraschend und zwar am besten hier weil du bist spätestens da lang laufen müssen glaube ich oder da mal da bitte ich hoffe dass du jetzt nicht reinläufst du bist gleich dran oder natürlich bist du dran greifst du usa an gut das war dumm gelaufen sage ich mal hat jemand gerade rüstungsprobleme nein vielleicht begeben uns ein bisschen nach der erstmal hier weg kann man jemand lichtbogen verpassen die die hier zum beispiel schön machen wir kurz mal okay so ich glaube ich gehe kurz mal mal bist du jetzt dran wie du bist dran da hinten der kleine wir könnten dich attackieren ja machen wir mal du bist ja hier war sie gerade dran kürzlich auch gleich der kleine ist dran greifen ohne zauberer natürlich mit einem schlaghagel völlig zurecht auf der rhein jawohl wenigstens etwas also einfach muss man versuchen die gute damit was zu entsetzen und muss erst mal auf die rüstung einhauen so bollwerk hat nicht mehr so richtig viel willenskraft punkte ich gehe mal kurz mal hierhin versuchte ich mal eben mit meiner natürlichen auslese zu erledigen klappt wahrscheinlich sowieso nicht klappt hervorragend wie schon sagte ja die frage ist jetzt kann es riskieren einmal zu attackieren ja ich muss es riskieren einmal auf seine rüstung einmal hat es überstanden alles ist gut so irsam muss kurz mal weg das ist glaube ich gesetzt kannst du jemand normal attackieren ja auf seine rüstung könnte gut gehen oder aber wir gucken mal ob du mir zufälligerweise folgen willst oh es folgt mir doch ich bin eine schwache kleine bogenschütze jawohl okay so ich glaube ich stelle mich kurz mal da hat jemand rüstungsverlust im großen ganz noch nicht so richtig schlimm das ist in ordnung das heißt ich werde einen lichtbogen auf dich zaubern wenn der wir schon mal ein paar punkte klauen aber wunderbar du bist auch gleich dran und weil ich sie gerade hat einen rügelwind machen ist egal wo du anfängst damit schon mal ein töten wir anderen schon mal schwer verwunden ja du machst nichts bewegendes mehr ja tötet mal kurz und ich würde den kampf ungern weiterführen ich muss also dringend ersatz für mogul suchen einen weiteren verlust einen weiteren tragischen verlust äh langen reihe du gesetzt dich zu deinem bruder hogun mogun und hogun sind verschieden 14 ansehen völlig in ordnung und wir kommen zu kampf 38 jedes mal mit schweren verlusten begleitet ich glaube nicht ich weiß nicht ob ich das letzten kampf noch reiche tote helden ja ich weiß dass mindestens einer der helden gestorben ist es mir aufgefallen vielen dank in dem aber kurz mal beerdigen was ist sehr gut geschlagen 109 ich würde es gerne vorsetzen wen können wir jetzt einsetzen ähm die allgemeine frage oli hast du auch schlaghagel du bist nicht du hast äh axtstrom ja und schildemauer äh axtwerfer bist du ja das war wenig überraschend ähm ja jetzt geht es wieder los möchte ich einen weiteren wahl haben nein möchte dass ich nicht drei wahl sind völlig ausreichend ansonsten blockiere ich mich irgendwann äh ich brauche mal irgendwen der meinen fernkampf fertigkeiten wieder ausgleicht also moon war schon ziemlich geil das muss man ganz klar mal sagen oli wäre tatsächlich gar keine so schlechte wahl einen zweiten zauberer möchte ich ungern haben volker ist niemand die irgendwie fernkämpfen kann barren möchte ich auch nicht skatach ist glaube ich ein nahkämpfer nicht wahr pferdebürtigen toilu ah toilu achso du hast du hast du eine komische keule äh niedertrampeln hast du und überfall okay äh was hat denn kanari noch mal äh pferdebürtigen kantreff ich bin sehr froh dass ich weiß was ein kantreff ist du hast äh festnagel verringert bewegung um zwei felder verringert bewegung um drei felder und vier felder was die pferdebürtige sport erzielt wodurch sie wodurch sie bei ihrem schaden bewirkt und es auf dem boden festnagelt auch das gar nicht mal schlecht gift bewährt ist auch eine ganz fantastische fertigkeit auf stufe zwei wie das jetzt hast du minus zwei starke punkte pro runde für drei runden das ist kann ziemlich geil werden du bist momentan mein favorit muss ich gestehen was kannst du denn beitragen ach so du bist auch wieder so ein nahkämpfer niemand mag nahkämpfer eckiel ist ein grollhäger hast du auch schlaghagel du hast schneid und schildmauer erinnere mich so wir haben noch dacr dacr ist ein verleumder du bist jemand der durchlaufende hinten schaden verursacht nicht verkehrt muss man ganz klar sagen aber ich glaube ich würde ganz gern kanarien nehmen weil das gift habe ich tatsächlich in der kampagne auch ganz gerne eingesetzt ich rekrutiere diesen elden für fünf läppische punkte befördere ich erstmal durch bis stufe acht wenigstens weiter kommen wir gleich ein paar weitere weiter weiter und weiter sowieso stufe sie maximale stärke maximale stärke brauche ich das ist wichtiger erstmal bestätigen wir sind bei stufe sieben wir kommen auf stufe acht wir kommen auch gleich auf stufe neun sind wir ehrlich so du musst mehr davon haben und ein bisschen mehr rüstung ist auch nicht verkehrt so das ist schon mal nicht schlecht das bestätige ich und ich sollte keine weitere fähigkeit auswählen ach so sie wurde einfach automatisch ausgewählt freis geleit die fernmütige legt für jeden eingesetzten willenskraftpunkt zwei felder statt 1 zurück ok nett gift bewährt stufe drei bin ich mittlerweile und bei festnageln stufe drei logischerweise ok gut du bist also eine also insgesamt meine fernkämpferin die ich setze ich kurz mal hier hin und schauen was ich ergeben kann du bist stufe neun mittlerweile ich hatte doch glaube ich ein paar coole fernkampf dinger stufe neu auf ja mit zweimal das ding jetzt verrat plus 30 prozent doppelten schaden und plus zwei stärke dafür weniger rüstung das ist doch das gleiche noch mal plus 1 auf allen talentstufen plus drei auf rüstung 20 prozent rüstungsangriff ablenkung ok plus zwei auf rüstungsschaden talentstufen plus 30 prozent auf doppelten schaden und plus 1 fernkampf reichweite ich glaube du bist talent meiner wahl du bist der gegenstand meiner wahl ich muss kurz überlegen würde ich ganz gerne erst zum schluss machen du kannst auch ein bisschen den support spielen weil falls viel rüstung verloren ist auch nicht verkehrt muss ganz klar sagen das ist gar nicht mal so ein bisschen sicherheit wiegen so ich glaube wenn ich das so mache wollen wir kommen zum schluss bei der kann am ende meiner leute umbringen das ganz fantastisch machen wir es doch mal so ich bin bereit ich probiere zu viel aus es wird das wird kritisch werden jetzt bin habe denn wir haben bären und war drei stück drei wahl 12 16 16 13 15 15 okay 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 so der plan ist wohl wieder du wirst ihn hoffentlich aufhalten stellt sich also dort hin einmal wird sich mal hierhin stellen und hoffentlich sehr viel schaden verursachen wenn noch ein feld weiter gehst danach bist du dran haken du wirst dabei hoffentlich helfen du wirst ihn dabei ebenfalls unterstützen du wirst hinten stehen und hoffentlich irgendwas fantastisch machen rüstung aufpolieren hauptsächlich und du wirst auch irgendwie agieren das wird das wird fantastisch irgendwie agieren hat immer spaß so stelle ich schon mal dahin und ich könnte rambock machen was wir noch nie gemacht haben oder ich klaute einfach sehr viel rüstung ich ja wohl der große kommt nicht dran er saß dran so überrasse dein feilregen die reichheit habe ich immer noch nicht ganz intus du könntest dich dorthin stellen und ja das können ausprobieren obwohl du jetzt ein bisschen offen stehst da hinten muss man ganz klar sagen feilregen ich hoffe der bär kommt hier rein aber der sperrkämpfer ist dabei der geht zu wohlwerk wunderbar so ich komme aber kurz hierhin und werde einmal lustig für mich hinwirbeln was haltet ihr davon da du weniger rüstung hast das mittlerweile ganz geil ich werde immer wirbelwind ich bin hier war noch ganz angenehm so der bär kommt wird hier ziemlich viel schaden verursachen unangenehm ja wir stellen uns mal kurz schützend ein bisschen mehr in deine richtung hast ganz schön viel rüstung hauen erstmal viel rüstung runter und leider nicht ganz so viel schaden du darfst da rein wunderbar absorbiert zweimal so wir könnten dich direkt töten wir könnten auch den klein hier angreifen und wir könnten dich vergiften du wirst eh noch eins nach vorne laufen das passt schon ganz gut deswegen möchte ich einfach kurz vergiften obwohl warte mal lauf dahin gift bewährt auf denen wunderbar hat gerade noch so geklappt viel absorbiert aber du bist vergiftet okay wir müssen harkon langsam da rausholen warte mal diagonal du könntest getroffen werden damit bist du wirst du mit leidenschaft gezogen das ist schon mal nicht schlecht wir stellen uns schon mal kurz dahin für den fall dass ich mir angegriffen werde deine rüstung ist noch okay lichtbogen auf den da und zack wunderbar der große ist dran und laute meine dame zu und du bist weg na gut dann ist das halt so dann muss ich dich einfach mal so aus frust umbringen das ist der erste tote übrigens an diesem kampf oh gott mein zauberer bekommt nur vier rüstung schaden das ist relativ dämlich von dir okay ich gehe kurz mal dahin um mich selbst zu schützen könnte dich natürlich attackieren könnte aber auch einfach hier ein feilregen einsetzen weil ich glaube dass du eh einen schritt nach vorne gehst oh ich hätte auch die kleinen mal attackieren können egal greife den zauberer an der oh gott sei dank noch nicht gestorben ist meine güte so du könntest sterben ich könnte aber auch dich angreifen harkon ja mir wird es leider raus äh ja komm ich hau dich mal runter soweit es geht jetzt ist harkon nämlich jetzt ein bisschen bedrängnis ouch harkon muss dann dringend raus das merkt man schon so ähm wir könnten dich attackieren ich glaube das mache ich auch mal kurz äh wir fangen an wieder mit einem angriff auf deine rüstung war nicht schlecht der bär geht da rein sehr schön und ist damit endlich gestorben so wir brauchen weiter weiterhin gift ähm gift auf ja auf alle eigentlich wir bewegen uns kurz mal dorthin gift bewährt auf äh den da jetzt ist der kleine wieder dran der natürlich jemand angreifen kann harkon muss wie gesagt langsam mal weg dort so eyewind eyewind mein guter freund du sollst auf jeden fall hier weg fliehen sobald ich dir eine kleine füßchen tragen können und kannst du noch nicht nur umzaubern ja auf den da bitte äh oh guck mal du bist sogar wenn das heißt du diagonal stehst weiß ich gar nicht tötet ihn auf jeden fall wenn das irgendwie geht du stehst diagonal okay der groß ist dran greift ebenfalls oh gott harkon ist tot das war harkon und damit haben wir ein großes problem so wir könnten kurz dich töten äh was wir auch einfach direkt machen kostet ja nix ne einer reicht dankeschön so Irsa du bist dran äh Irsa du gehst bitte mal dorthin aber eigentlich ist zu wenig na egal und setzt einen Pfeil gegen ach gott wir setzen ihn mal dorthin vielleicht kommt da jemand auf die Idee dahin zu gehen der Bär vielleicht nein der Bär nicht okay du bist gleich dran nicht wahr mein kleiner Freund ja das bist du ähm ich könnte es auf dich einstoßen weil du wirst eh ach du wirst eh keinen großen Schaden verursachen deswegen ist es okay ich komme kurz mal zu dir mein lieber Freund und muss versuchen den Kampf möglichst bald zu beenden weswegen ich da kurz mal versuche möglichst viel Schaden zuzufügen so du bist dran äh du bist gleich dran okay ich hau kurz mal hier ab und werde hier einfach mal ich kann ich dich angreifen kann ich auf deine Rüstung gehen oh ja das kann ich aber nur auf drei Punkte äh nee dann greife ich dich an sechs Punkte schade ist mich nicht verkehrt du darfst nicht da rein sehr schade du greifst Ursa lieber an hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht so Eivind mein lieber Freund braucht hier jemand Rüstung über äh überflüssigerweise würde ich gerade sagen braucht hier jemand übermäßig Rüstung äh äh geh doch mal dahin und flicke ja offenbar ihre Rüstung erstaunlicherweise jetzt kommt der Große nochmal dran der kann nicht so richtig viel machen okay du kannst nochmal einiges machen da der Bär eh gleich dran ist ich verbrauche relativ viel Willenskraft okay und noch mehr alles für deine Rüstung die ist komplett weg und ich kann dich gleich töten das äh würde ich gerne machen ja bitte sehr sehr fein so die gute nee Bollwerk ist dran oh 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 das ist ganz angenehm wenn ich mich hier hinstelle greife ich trotzdem möglicherweise mit Eiver an aber wenn ich einfach ah warte mal wenn ich einfach die natürliche Auslese mache für mich Gott sei Dankerweise noch einen Punkt habe habe ich aber gleich noch einen Zug ich stelle mich da hin greife damit keine meiner Freunde an nötigenfalls dafür bin ich aber sicher dass du tot bist okay wir müssen jetzt Harkon ersetzen Harkon war ziemlich geil ähm die Frage ist wie können wir ihn ersetzen ja Harkon ist tot das ist sehr schade ein Level 9 Charakter ein Level 9 Var haben wir jemanden gleichwertiges für dich ich weiß es nicht oder jemand der deine Klasse deiner Klasse entspricht ich weiß niemand kommt an Harkons Klasse ran ich weiß niemand kommt an Harkons Klasse ran ich weiß niemand kommt an Harkons Klasse ran ich hab dir gesehen wie der Baum sich rechts das nichts äh erstreckt hat fand ich ziemlich geil ähm Harkon wo bist du denn ach ganz unten weil du tot bist Harkon was bist du du bist ein Kriegsmeister ich würde dir gerne ein Wikingerbegräbnis geben ähm ein Kriegsmeister bist das Krummere auch ein Kriegsmeister ist ein Kriegskommandant ist jemand ein Kriegsmeister sovielweise Kriegsfalke Falke Falke Verleumder Krollhäger bla 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 nein nein ich würde es natürlich mit einem Wahl besetzen wieder Kraftprotz Berserker Magier Ferd okay da sind wir wieder da gut ähm Gliss du bist ein Kraftpräder bin ich nicht durchgegangen gerade Bersi Kriegsfalke Mogre ist ein Schildmeister auch nicht verkehrt Fasold ein Provokateur Fasold was kannst du eigentlich Heimtücke ähm Heimtücke kann also der Provokateur beschimpft und bespuckt den Gegner und zwingt ihn damit zum Angriff im nächsten Zug dank einer guten Rüstung allein hat der Provokateur dabei meist wenig oder gar keinen Schaden okay den Ziel müssen benachbart sein müssen wir schon bei Stufe 2 äh die Reichweite erhöht sich auf 2 Felder mhm mhm und Vergeltung wer einen Schildträger angreift verliert pro Schlag den er landet ein Rüstungspunkt ach ja äh Vergeltung wird immer ausgelöst wenn der Schildschläger Schaden durch einen benachbarten Feind erleidet so kann er tödlich kann es tödlich sein bei Angriffen zu attackieren die mehrere Schläge beinhalten ach wie lustig das ist wirklich keine schlechte Idee mal äh wie viel Rüstung hast du denn du hast jetzt schon 15 du kannst bis 19 hochgehen fahrzeugt ist finde ich ganz geil gerade der habe ich glaube ich schon mal dabei gehabt du bist ein Schildmeister Schmerzbringer äh der Schildmeister bewirkt Rüstungsschaden bei einem benachbarten Gegner bevor er sich hinkauert und seine passiv Fähigkeit Vergeltung einsetzt um eine Runde lang äh noch mehr Rüstungsschaden zurückzugeben Schmerzbringer möglichst erst dem Schildmeister der Gegner die sich zusammengerottet haben mit einem Ansturm zu bestrafen ähm normale Angriffe Rüstungsangriff plus 1 Vergeltung danach kommt Rüstungangriff plus 1 plus 2 Vergeltung ok auch nicht verkehrt wie viel Rüstung hast du denn Mugr du hast 18 Rüstung was ist ja lächerlich wenig ähm ihr beide seid einfach nur Damage-Dealer das weiß ich Berzi ist auch so ein Damage-Dealer Kriegsfalke warte mal wir haben 2 Kriegsfalken Gunnup müsste auch einer sein ich war genau Gunnup ist auch einer und Sigbjorn ist ebenfalls komm wir haben 3 Kriegsfalken hier was kann eigentlich der Kriegsmeister noch oder Kriegskommandant Vorschub ok das wissen wir und schwerer Schlag das ist ja möchte ich Kumr an meiner Seite haben wir haben noch Gris Gris ist ein Kraftprotz ebenso wie Ivar äh davon würde ich ganz ehrlich gar nicht noch mal nicht noch mehr haben ein Kraftprotz reicht mir ich überlege ich glaube ich Fasold reinnehme mal so einen richtigen äh richtigen ähm richtigen Tank wie viel Rüstung hast du 16 oder Kumr du hast 13 Rüstung ich glaube ich dass ich mal Fasold komm hier habe ich eigentlich gar nicht in der Kampagne gehabt deswegen rekrutiere ich einfach mal letzten beiden Kämpfe beziehungsweise wahrscheinlich letzten Kampf jetzt ich befördere ich soweit es geht keine Ahnung achso was will ich noch haben ich will Schmerzbringer haben ja ich will auch mal Schmerzbringer haben wunderbar vielleicht keine andere Wahl habe jetzt bist du Stufe 7 auf Stufe 8 kriege ich dich gerade noch so Stufe 9 eben nicht mehr sehr schade gut du brauchst natürlich jede Menge Rüstung etwas Stärke und du hast noch zwei Punkte übrig mehr Rüstungsschaden ist gut mehr äh Willenskraft ist auch gut ich bestätige das Ganze du bist Stufe 8 du brauchst äh vielleicht noch irgendwas was deinen Schaden erhöht ähm bam 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 was haben wir denn hier plus 20% Rüstungsangriffsablenkung plus 10% Ausweichen mehr Stärkeangriff ähm plus 1 abgeleiteten Stärke Schaden plus 1 Rüstung also das macht hier jetzt einen absoluten Mega-Tank äh plus 3 Rüstungsschaden Lensstufen okay plus 2 Rüstung plus 2 Rüstungsschaden okay du durchbrichst jede Rüstung das wäre auch geil äh das hast du schon äh plus 2 Bewegung plus 5 Rüstungsschaden plus 5 Rüstungsschaden äh das ist ähnlich wie das oder das ist auch plus 5 Rüstungsschaden und plus 2 Rüstung zusätzlich und das ist was hier kriege ich noch plus 2 Bewegung okay aber das ist Vox Notes ist bis jetzt das was ich am geilsten finde plus 3 Anstrengungstalentstufen na ach ne äh plus 2 Rüstungsschaden plus 2 Rüstung plus 2 abgeleiteten Stärke Schaden okay äh alle Talentstufen okay du bist dann wirklich eher der Tank dann für mich ich glaube ich werde es ausprobieren mit den Vox Notes wo ist es denn da äh wo bist du hier Fahrsold gut gut da du unser Tank bist mhm sollst vielleicht nicht gerade seit letztem da dran sein vielleicht eher so und so und so na vielleicht lieber so vielleicht soll ich dich noch trotzdem 1 auf 1 vornehmen obwohl ne 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 ich weiß mal meine alle Waren mal kurz nach vorne packen alle Damage-Dealer also ihr beide R3 erstmal ordentlich Schaden austeilen und dann gucken was passiert so ich bin bereit aber ich werde nicht auf bereit klicken denn ich drücke erstmal auf äh Aufnahme stoppen oder pausieren wir sehen uns gleich wieder bis dann